Ringelblume Die Ringelblume ist nicht nur als Heilpflanze bekannt, sondern steht auch in vielen Gärten als besonders bischblende Zierde. Ab Juni taucht sie viele Bauernten in leuchtendes Orange. Ihre Blüten sind ein hervorragendes Wundheilmittel, was die starke Verbreitung der Ringelblumensalbe erklärt. Man kann die Ringelblume auch innerlich anwenden, um Verdauungsbeschwerden zu lindern und gegen Frauenprobleme zu helfen. Hauptanwendungen Hautentzündungen, Heilwirkung Abschwellend, adstringierend, antibakteriell, anregend, entzündungshemmend, krampfleabsatzzeichensend, pilztabsatzzeichendend, reinigend, schweißtreibend, Anwendungsbereiche Afterjucken, angstzüstende, Blutechse, Brandwunden, leichte, Brechreiz, Eczeme, Entzündungen und Verweiterungen der Haut, Ersippel, Furunkel, Gterose, Gallenbeschwerden, Geschwere, geschwollene Lymphknoten, Gesichtshose, gesprungene Lippen, Harmoiden, Hautkrebs, Hautleiden, Kopfschmerzen, Krampfadern, Lebeschke, Magen- und Darmstabsatzzeichen rangehen, Magengeschwe, Menstruationsfabsatzzeichen Dent, Menstruationsschmerzen, Mundschleimhautentzündungen, Nabenwucherungen, offene Beine, Pickel, Quetschungen, Punkt. Schlaflosigkeit, Schlechtheilende Wunden, Schmerzen in Amputationstumpfen, Schnittwunden, Schwindel, Sonnenbrand, unreine Haut, Unterschenkelgeschwere, Verstopfung, Warzen, Wechseljäsbeschwerden, Windel-Dematitis, Wunde-Babypupus, Wundebrustwärzen, Wunden, Wundligen, Zerrungen, wissenschaftlicher Name. Calendula officinalis. Pflanzenfamilie. Korbeltler, Asteraceae. Englischer Name. Merigold. Volksmilichnamen. Butterblume, Dotterblume, Gartendotterblume, Goldblume, Ingelblom, Rinderblume, Ringelrose, Ringula, Sonnenbraut, Sonnenwende, Studentenblume, Totenblume, Warzenkraut, Weck-Absatzzeichen-Seelen, Wucherblume. Verwendete Pflanzenteile. Blüten, B-Elter. Inhaltsstoffe. Etherisches L, Bitterstoffe, Calendula sapogenin, Saponine, Glycoside, Carotenoide, Xanthophylle, Flavonoide, Stigmastol, Betasidstol, Salicylsure, Taraxastol, Violaxanthin. Sammelzeit. Juni, Oktober. Ringelblume. Man kann die Ringelblume innerlich und außerlich einsetzen. Die außerliche Anwendung ist zwar bekannter, aber auch innerlich hat die Ringelblume einiges zu bieten. Innerlich kann man die Ringelblume als Tee, in Mischtees oder als Tinktur einnehmen. Fr. Einen Ringelblumen-Tee bergist man einen geöffneten Tee-Absatzzeichen-Fee-Ringelblumen-Bilden mit kochendem Wasser und der SST in FNF bis 10 Minuten ziehen. Davon trinkt man bei S-T-Eckeren-Beschwerden 3 Tassen täglich. Verdauungsorgane Ringelblumen-Tee ist TRKT die Verdauungsorgane, lindert Brechreiz und hilft Magengeschwarr abzuheilen. Auch eine leichte Abwirkung hat die Ringelblume. Außerdem werden Leber- und Gallegester-KT Nervensystem Ringelblumen-Tee oder Tinktur kann gegen Kopfschmerzen und Einschlafs-Absatzzeichen-Rangehen helfen. Schwindelanfle werden gemildert. Man kann die Ringelblume auch gegen Panikattacken verwenden. Frauenbeschwerden Die Ringelblume hat einige Wirkungen in der Frauenheilkunde. Durch ihre Krampfel-Absatzzeichen-Sendeeigenschaften kann die Ringelblume Periodenkumpfel lindern. Außerdem ist in der Ringelblume Beta-Siedstil enthalten, ein Absatzzeichen strögenartiger Wirkstoff, der unregelmäßige Zyklen ausgleicht und Beschwerden der Wechseljahre lindert. Die Inhaltsstoff-Stigma-Stol-F-Absatzzeichen dett den Eisprung und somit indirekt auch die Regulierung des Zyklus. Auch Unfruchtbarkeit kann behoben werden, wenn sie aufgrund von fehlendem Eisprung besteht. Urserlich Das Hauptansatzgebiet der Ringelblume ist die urserliche Anwendung. Sie wirkt F-Absatzzeichen und auf die Granulationsbildung beim Wachstum neuer Haut. Außerdem wirkt sie abschwellend, entzündungshemmend, antibakteriell und pilzhemmend. H-Üffig wird auf die Wirkungsverwandtschaft von Ringelblume und Arneka hingewiesen. Die Ringelblume wirkt jedoch milder, was sie im Endeffekt ist derger macht, weil man sie auch in F-Len einsetzen kann, wo Arneka zu scharf wäre. Man kann Ringelblumen-Tee als Umschlag, FR-Waschungen und als Bad anwenden. Auch mit fettender Ringelblumen-Tinktur kann man Einreibungen vornehmen und Umschlge machen. Außerdem wird die Ringelblume traditionell als Salbe angewandt. Man kann sie FR-Nahe zu alle Arten von Hautverletzungen und Hautentzündungen einsetzen. Auch leichte Brandwunden, Sonnenbrand und Eczeme kann man mit Ringelblumensalbe behandeln. Nach Verletzungen hilft Ringelblumensalbe gegen Quetschungen, Verstauchungen und blaue Flecken. Auch Krampfadern und Krampfadergeschwricka-Absatzzeichenen mit Ringelblumensalbe behandelt werden, ebenso wie Wunden durch Wundligen, Dekobitus und offene Beine. Warzen kann man mit frischen, zerquetschten Beereltern bekümpfen. Hautkrebs Traditionell wird die Ringelblume auch gegen Hautkrebs eingesetzt. Hierbei geht es eher um den verbreiteten hellen Hautkrebs und weniger um Melanome. Ob die Ringelblume tatsächlich gegen Hautkrebs hilft ist fraglich und bislang nicht wissenschaftlich bewiesen. Die Ringelblume soll bei chronischen Geschwören helfen. Die Entwicklung zu einem Hautkrebs zu verhindern. Solange ein Geschwör noch kein Krebs ist, kann man das durchaus versuchen, und letztliche Aufsicht. Sobald sich aber ein Krebs entwickelt hat, sollte man unbedingt derztlichen Rat folgen, die in den meisten Erfüllungen auf eine operative Entfernung hinausluft. Zur Nachbehandlung kann man dann aber wieder die Ringelblume einsetzen. Geschichtliches Nachdem die Ringelblume aus Europa nach Mitteleuropa eingeführt wurde, fand sie ab dem 12. Jahrhundert ihren Platz in Kloster und Bauenkden. Schon Hildegard von Bingen ist CHT die Ringelblume und nannte sie Ringula oder Ringula. Traditionell ist CHMCKT die Ringelblume auf Fried Absatzzeichen Fendi GRB und setzt mit ihrer lebendigen Wuchskraft einen Kontrabunkt zum Tod. Durch diesen Gebrauch hat die Ringelblume auch den Namen Totenblume bekommen. Der Name Kalendula leitet sich von den Kalendi ab, denen er Absatzzeichen mischen Bezeichnungen erfährt den Monatsanfang. Die Ringelblume erhielt diesen Namen, weil sie an so vielen Monatsanfenden BLHT, bis hinein in den Herbst. Gerne wurde die Ringelblume auch als Liebesorakel verwendet und zwar einerseits zum Zupfen mit der Frage er liebt mich, er liebt mich nicht, andererseits als Salbe mit Essig und Honig, die vor dem Schlafen aufgetragen Tee er immer vom zukünftigen Liebsten bringen sollte, sofern man außerdem den heiligen Lukes anrief. Pflanzenbeschreibung Die Ringelblume ist ursprünglich ins Europa heimisch. Schon seit dem 12. Jahrhundert wird die Ringelblume in Mitteleuropa angebaut. Sie WCHST als Zier- und Heilpflanze in Gärten und wird teilweise auch professionell kultiviert. Manchmal kommt die Ringelblume auch verwildert vor. Die einriege Pflanze wird die ca. 30-60 cm hoch. Der hellene Stängel verzweigt sich vielfach, wenn die Pflanze genug Platz zur Pfiffkung hat. Die B-Elder sind behaart, unten spart F-Absatzzeichen mich und nach oben hin kleiner und schmaler werdend. Die Blüten, die ab Juni Bär den ganzen Hochsommer hinweg anzutreffen sind, sind orange-gelb-leuchtende Kohlblüten. Einige Sorten tragen gefüllte Blüten, andere ungefüllte. Die Ringelblume B-L-H-T von Mai bis Oktober, manchmal sogar bis Weihnachten, wenn Herbst- und Winterempfang mild sind. Aus den Blüten entwickeln sich die Samen, die wie Krallen mit Widerhaken aussehen. Mit diesen Haken harnen die Samen im Füll von Tieren fest, um zur Verbreitung der Pflanze beizutragen. Diese gebogenen Samen haben der Ringelblume ihren Namen eingebracht. Anbautipps Der Aufbau der Ringelblume ist unkompliziert, denn sie ist recht pflegeleicht. Da die Ringelblume einig ist, muss sie jedes Jahr neu angesteh werden. H-Uf-Igäste sie sich im Garten jedoch auch von selbst wieder aus, wenn man die Pflanzen im Vorjahr bis zur Samenreife stehen gelassen hat. Man kann die Ringelblume im Jahr, April und Mehl, im Freiland in Rhein-San. Die Hakenf-Absatz-Zeichnimmigen Samen werden etwa 2 cm dick mit Erde bedeckt und gut angegossen. Je nach Temperatur keimen die Samen recht bald, meistens nach etwa einer Woche. Innerhalb weniger Wochen wachsen kf-tige Pflanzen aus den Keimlingen. Wenn sie zu dicht stehen, sollte man sie etwas austenen, denn dann werden die verbleibenden Pflanzen G-R-Absatzzeichen so und buschiger. Sie bilden dann viele Seitentriebe. Sobald die Pflanzen 30-60 cm hoch sind, bilden sie Knosten und beginnen zu büllen. Wenn man die Bülten nach dem Vorbüllen abschneidet, bilden sich wieder neue Bülten. Im Spätsommer kann man dann einige der verbleibenden Bültenste stehen lassen, damit sich Samenbilden-K-Absatzzeichen nennen. Sobald die Samen braun sind, kann man sie ernten und erfernt das jüngste Jahr aufheben. Sammeltipps Von der Ringelblume werden in erster Linie die Bülten gesammelt. Dazu erntet man die ganzen, frisch aufgebilden Bülten-Absatzzeichen für bei trockenem, sonnigen Wetter und trocknet sie ein paar Tage vor. Dann erst werden die Zungenbülten abgezöpft und anschließend fertig getrocknet. Man kann aber auch die gesamten Bülten-Absatzzeichen für fertig trocknen und verwenden. In der Volksheilkunde werden auch die Bälte der Ringelblume verwendet. Man kann sie frisch auspressen und ihren Saft verwenden oder man trocknet sie und verwendet sie wie die Bülten.